hallo und herzlich willkommen heute möchte ich euch punchy league vorstellen so ok alles klar jetzt weiß ich was auf den hof ja war jetzt müssen wir ein bisschen ballett machen oha war da war da war da jetzt haben wir richtig auf den münzen kriegt quest komplette erst erstmal schön wird nehmen wir erstmal mit alles klar oh hallo nehmen wir das mit sammeln die münzen ein und zocken einfach noch eine runde punchy league gucken was da so geht also sind das für ein vieh hat er uns in die mütze alter halleluja halleluja beginn wir gleich noch mal oha da sind wir voll in der faust in den rand müssen wir gleich noch mal probieren jetzt werden wir auf einen rekord auf der reihe kriegen hoffe ich natürlich die gibt es doch nicht als sie da mal wenn die augen rot werden oder grün sind dann also das natürlich der unterschied jetzt werden so rot dann wird auf agro aber wir haben natürlich richtig den auf der mütze wieder zu spät man 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 so probieren wir gleich noch mal aus alle guten dinge sind keine ahnung wie oft auf jeden fall sind wir ein bisschen weiter gekommen neuer rekord den haben wir jetzt am start von daher passt es so was haben wir da nehmen wir natürlich auch gleich mit alles klar wissen wir bescheid und sind doch erstmal durch mit punchy league ich wollte es euch einfach nur mal vorstellen dass ihr eine peilung habt was hier so geht gut wie gesagt wir sind durch ich wünsche euch mal bis dann sind tschüss